Moin moin liebe Super-Sortis, mein Name ist Fluppy oder Trevor in diesem Video und heute fahren wir nicht Taxi, sondern wir fahren Taxi. Ha, wenn du weißt, was ich meine. Ja, natürlich auf Trevor-Art und Weise nicht ganz so, wie man das eigentlich machen soll in diesem Spiel, nicht wahr? Ja, es ist nicht unser Ziel, Geld zu verdienen, sondern bis der erste Riot. Ihr habt es bestimmt auch schon mal gemacht, Taxi fahren, geht ja jetzt wieder in GTA 5, ging ja, glaube ich, das letzte Mal in Vice City, wenn meine Informationen richtig liegen. Ja, in GTA 4 ging es ja da nicht, ich liebe es ja, Taxi zu fahren, ja. Man kann wirklich die Stadt erkunden, ja, ein bisschen Geld verdienen und, äh, weiß ich nicht, ist einfach cool, einfach mal so zwischendurch so ein Minigame, ja. Aber mit Trevor dachte ich jetzt, Mensch, auf geht's, yes, schnell zum Ziel und, äh, alles kaputt machen hier. Guck mal, ey, es ist doch unmöglich. Steht mir einfach im Weg, ich hasse das, ja. Weg mit dir, bam, abgeschleppt, ja. Und, oh, ey, geil, die macht Sport auf der Straße, hast du gesehen? Voll in der Anstand. Achtung, scheiß Hose, wer zieht sich denn so an? So, hier schleppen wir mal irgendwie unsere, oh, guck mal, unser Schild fällt mit. Ey, unser Schild ist voll schneller als wir. Ist ja der Wahnsinn. Ah, oh, oh, es tut mir extrem leid. Potenzial hat Kunden hier, die wir gerade tot machen, aber, oh Gott, macht ja nix, ja. Man muss übrigens aufpassen auf die Konkurrenz, ne, weil, äh, Taxifahren ist ja auch ein extremer Konkurrenzkampf und am besten löst man das so. Ja, hab ich rausgefunden, ist irgendwie die beste Art und Weise, das lösen dieses Problem, dass man wirklich, äh, ja, die besten Kunden bekommt. Und auch Busse ist ja fürs Taxi quasi, ne, also der größte Feind. Weg damit, braucht kein Mensch. Ja, ich bin hier der Ursprung der Taxifahrer, geh doch nach Hause, du alte Scheiße, ja. Und Schuss, ah, ne, doch nicht, verdammt. Scheiße. Ah, verkackt, oder was? Egal, was ist die, was? Warte mal, verfolgt er mich? Du dreckiges. Das, das ist ja, oh mein Gott, er wird sich rechnen, glaube ich. Scheiße. Oh, ähm, hab ich überhaupt irgendeinen Typ hinten drin? Ja, hab ich. Okay, äh, jetzt wird's ein bisschen, oh nein, er ist weg. Oh, scheiße. Verdammt, krieg ich kein Geld. Ja, ist doch ärgerlich, ja. Taxi geht noch einigermaßen. Bisschen Durchlüftung hier, ja, ist, äh, Sommer. Muss man die Fenster aufmachen, ganz klar. Ja, und, äh, ich stepp mal aus am besten. So, neues Taxi. Sah noch nie besser aus. Und, äh, holen wir uns doch gleich mal den nächsten Kunden. Die beiden waren's nicht. Wie man ja sich irgendwie denken konnte. Scheiß Busse, ernsthaft, weißt du? Mann, ich bin hier das ultimative Transportmittel. Äh, es gibt's doch alles nicht. Oh, ja. Das passiert, wenn ihr Bus fahrt, ihr Deppen. Unwürdiges Pack. So. Ach, was wollen die denn jetzt schon wieder? Meine Fresse, weißt du? Hier, da. Hast du davon. Es ist doch nicht zu fassen. Äh, was? Ey, Schlampe, bleibst du hier? What the fuck? Ich war nicht hier rum, kostenlos, oder was? Bist du des Wahnsinns? Dir treib ich das aus. Du, du böses Mädchen. Ja, ganz böses Mädchen. So. Und wie vermehren die sich? Kann das sein? Schon wieder so ein Teil hier. Was soll denn das? Hässlich. Mein Taxi sieht viel besser aus. Geh weg. Du bist scheiße. Ja, brennst auch schon wieder. Ja, was sind das für Autos, die so schnell kaputt gehen? Ohne Scheiß. Guck dir das nochmal an. Explodieren sofort bei jedem, bei jedem kleinen Kratzer. Ja, das passiert bei meinem Taxi nicht. Außer natürlich jetzt. Dafür kriegt er die A-Note, oder? Oder? Großartig! So, jetzt mal ein bisschen ausruhen vom Taxi. Ja. Das ist eine neue Art und Weise, die ich getestet habe. Äh, Fahrradtaxi. Also, nicht Kurier von Nachrichten, sondern halt hinten auf dem Gepäckträger. Aber irgendwie, irgendwie geht's nicht. Wir wollen sich nicht aufsteigen. Ey, kommt doch mit! Ich bring... Och. Ich bring dich doch auf die Arbeit ins Büro. Ja. Auch nicht. Fahrt doch keine Straßenbahn, Leute. Komm, mein Fahrrad ist viel schneller. Och, ignorant. Ich bring dich doch auf die Arbeit ins Büro.